Moin zusammen und weiter geht's mit Foundation. So, ich wollte ja mir jetzt diesen, ähm, was war denn das? Bauen? Meisterlichen Meisterwerk-Garten hier irgendwie. So, Spazierzaun. Ich wollte gerade sagen Spazierzaun. Bänke und so. Ähm, äh. So, da kommt dann vielleicht noch eine zweite Küche in den Hinterhof. Was sagt das? Baugebiet Wohnhäuser. Yes. Schön knapp hier längs kratzen. Und dann geht das hier irgendwie runter. Später. So, okay. Bau und Mauer. So, erstmal so. Ja, das passt gut. So, hier war Verkaufsraum, glaube ich, ne? Schank war zugewiesen. Gesamtkapazität. So, Verkaufstheke. Gastraum, Gastraum. Steinerweiterung A. So. Russale Verkaufsraum. Verkauft Taverne in die Dorfbewohner. Yeah. So, bauen. Auch hier brauchen wir natürlich ne Tür. Da kommen jetzt auch Schornsteine rein. Ziel-Element. Wieso? Geht nix. Okay, das sind die großen Schornsteine. Ja, hier soll vielleicht noch ein oder zwei Küchen zwischen. So, pass auf. Dann machst du da erstmal eine mit ran. So, kannst du bauen. Erfassungsvermögen. Verkaufstheke. Ein Schankwart reicht momentan noch. Diese Woche ein Bier verkauft. Wow. Okay, die Bürger wollen wahrscheinlich Bier trinken. Ich brauche wesentlich mehr Klamotten. Nahrung, Mangel. Warenmangel. Gottesdienstmangel. Komfortmangel. Ja, Gottesdienstmangel ist wahrscheinlich hier unten. Besucherzahl 3 von 100. Ein Stück lästiger. Wo konnte ich dann sehen, wie viele Gäste ich jetzt hier habe? Ist auch wurscht. So, ich möchte weiterbauen. Rustikales Hauptgebäude. Nein. Pass auf. Hier kommt nochmal eine Steinhalle hinten dran. Ja, mit Blick nach außen. Ja, und dann kommt hier nämlich der Garten hin. So, und immer wieder wird die Kacke hier mitten ins Gesicht gezogen. Zur Militärmission verfügbar. Einfach. Ja, Truppen versammeln. Entsendetruppen zur Unterstützung. Die dürften auch bald wieder zurück sein. Guti. So, Türen. Habe ich hier nochmal so einen irgendwie. Wenn ich die da rein setze. Sieht das nicht gut aus. Okay, die können da rein. Da ist eine Tür. Wo Materialien fehlen. Da brauche ich hier auf jeden Fall auch noch eine Tür an der Seite. So, gut. Stallungen. Die kommen hier hinten irgendwie hinter. Schuppen. Schuppen mit Kerminholz. Guck mal, ist ja witzig. Kann ich aber hier nicht reinrasten. Von der Front sieht es eigentlich schon ganz cool aus. So. Weg blockiert. Wo? Plus ein Bewohner. Okay. Kein Plan, woher der Weg blockiert sein soll. Unzureichende Behausung. Ich spiele gerade noch mit dem Gedanken, parallel gerade hier nochmal eine Bäckerei reinzusetzen, weil ich gerade echt viel Mehl habe. So. So. Stallungen. Ziehelement. Ja, die Stallungen können hier hinten ran. Oder. Oh, guck ja. Stallungen, guck mal. Könnte ich hier sogar noch mit rübersetzen. Geil. Gehört da zwar nicht rein zum Vogt, aber Viehzaun. Aber. Auf jeden Fall ein cooles Gimmick. Könnte man hier so ran setzen oder da ran setzen. Nee. Mach ich hier. Außen vor. Kamin. Wir sind siegreich, aber weit entfernt. Einnehmen wir noch mit. Und dann geht's wieder nach Hause. So, ich hoffe, das klappt. Das war doof. Äh, Stückliste. Zugang bauen. Auf ne Bauliste. Okay, benötige Materialien. Ich mach das einfach mal. Geh jetzt hier direkt rein ins Bauen. Warten auf Baumeister. Kamin. Das ist der Kamin. Das ist der Kamin. Der wird gelöscht. Bauen. So. Kamin. Erst die Höhe. Sonst krieg ich den hier gleich nicht mehr. Noch einen höher. So, und jetzt hier rein. Jawoll. Das ist noch eine Küche. Oberlicht. Zielelement. Oder? In die Brücke mit ran. Ja, mach mal ruhig. Benötig 60 Steine. Und keine Unterhaltskosten. So, dann bauen wir den auch gleich mit. Gartenbalkon hätte ich hier gerne eigentlich noch hinten dran. Oder noch da. Hier irgendwie dran. Muss ich mal schauen, wenn's fertig ist. So, Terrasse. Nein, Quatsch. So, ich weich schon wieder ab hier. Wasserbecken. Spanierzaun. Buschhaube. Rosenangola. Wo ist Weg blockiert? Wahrscheinlich der Jäger hier. Mal gucken, ob's der Jäger war. Ja, ich vermute fast. Und der Jäger rennt hier hinten ganz rüber. So, pass auf. Dann würde ich die Jagdschütte hier hinten reinsetzen. Na, die rennt hier hinten sowieso einmal ganz rum. Oder ich setz die hier anders rein. Jetzt rennt sie ja einmal komplett außenrum und dann rein in den Wald, ne? Könnte ich die Jagdschütte sonst auch einmal abreißen. Bauen. Die Jagdschütte. So, da wird ein Stall gebaut. Wo ist der Zerang? Da. So, Stall. So, dann baue ich den Jäger hier am besten hinten hinter. So, zack, bauen. Gut. Das ist Taverne. So, Bau-Priorität würde ich hier einmal drauf erhöhen. Steinhalle. Gebäude-Prio. So, wenn die fertig ist, dann sieht die ja im Prinzip so aus wie das da. Mit Veranda nach vorne. Und dann geht es hier weiter mit dem Garten. So, ich würde sagen, ich starte hier ganz einfach mal mit dem Spanierzaun. Na komm, raus. Kostet. Nix. Doch, Einflusspunkte, so wie es aussieht. Wasserbecken. Wo ist der Weg blockiert? Ist ja auch geil, ne? Weg blockiert. Aber wo und wer? Zeigt wieder keiner. Ein Dorfbewohner hat keinen Platz für das Haus. Okay, Wohngebiet. Und ob du Platz hast hier hinten. So, ich werde mal mein Getreidefeld hier auch ein bisschen erweitern. So, Erntefeld. Angriff. Weit entfernt. Ne, kommt ab nach Hause. Holt sie zurück. Da ist eine kleine Ecke, die mir nicht so ganz gefällt. Und rüber. So. Angepasst. Und los geht's. Jetzt haben sie hier einen Ernst, das ist ein Trampelpfad durchgezogen, oder was? Weizen, ja. Ja. Nach wie vor kein Fisch und nix. So, Dekoration. Noch mal hier ein bisschen... ...ein bisschen hübscher. Also. Oh. Eure Fugt ist von der diplomatischen Mission zurückgekehrt. Fünf Einfluss gewonnen. Okay, dann gibt man ein bisschen Gas. Kein Zugriff auf Gottesdienst. Hallo? Okay, die Kirche ist voll. Das ist natürlich... Das ist ein Argument, das lasse ich gelten. So, wie sieht es denn aus mit der Statue hier? Okay, ich muss zum Bildhauer. Mir den mal anschauen. Zehn Diameinden und 13 Mal... Goldbarren. Okay, ja, ich muss hier irgendwie Kapazität erhöhen. Rundaturm, Raumgröße 3. Hauptgebäude. Fassungsvermögen plus 20. Plus 5. Weiter von B. A. burst Raumgröße 3. Anson đã drüben. Verena baut, was Liam. Verena baut. ich probiere einfach mal was entweder klappt so das klappt nicht hier so zwischen die türme zu integrieren dass das dach ist glaube ich eine stufe tiefer sich so ein bisschen integriert hier ja ich baue das einfach mal weg blockiert wo jetzt schon wieder ich weiß nicht wer wessen wie ich blockiert ist ich krieg keinen hinweis wünschen jetzt nicht im dorf okay sehr schön oben kommt darum weg blockiert kein zugruf auf nahrung hier oben können wir sonst noch mal holz hatten gehen ja das lasse ich mal sein hier genau ich wollte ja eigentlich noch mal ein noch eine jagdhütte bauen so und die hier irgendwie mit dran setzen weg blockiert ja wo wer warum kein indikator wo hier was blockiert sein soll oder liegt das hier echt an der mauer hier hinten dass sie nicht mehr in die küche kommen weil sie da irgendwie kein durchgang haben 49 nahrung kein zugruf auf fahren okay ich werde es einfach mal das war doof das war noch mal weg hier so jetzt habt ihr hier aber einen durchgang ein becken brauche ich noch das große oder säule steinbank springgrund wasserbecken ich muss glaube ich so ein becken nehmen das kommt ja aber trotzdem in den in den innenhof hier ein mönch bittet um audienz und sendet soldaten zu unterstütze oh warte mal truppen bereit machen größtenteils okay kann ich nicht alle so auf geht's 50 holz zu königreich ne komm ich helfe langsam mal den klerus schon erledigt Schatzkammer müsste ich auch langsam mal ausbauen so pass auf dann machen wir das hier auch schon parallel kein zugruf auf gottesdienst 76 von 76 so den erhöhe ich mal mangel an waren ja ich muss auf jeden fall schatzkammer erhöhen so hier wollte ich eigentlich auch noch mal was war das äh erweiterung erweiterung ah so was haben wir dann noch so schönes hauptgebäude ziehelement einmal kann ich die noch mal schlafräume Schatzkammer tatsächlich bauen äh so nach oben steinerweiterung erweiterung erweiterung raumgröße mindestens 4 so jetzt überlege ich gerade wie setze ich das ding hier um das soll nämlich die schatzkammer werden mal gucken kommen irgendwo fenster rein überhaupt nicht das ist so ich bin das ist das ist das ist Boah, Mann. So, jetzt aber. Das ist irgendwie nicht so optimal gleichmäßig hoch. Kleiner Vorbau. Kleine Erweiterung. Könnte ich hier nicht noch einen Turm, Hauptgebäude, könnte ich da noch mit reinsetzen. Ja, das ist irgendwie nicht so geil. Jagdschöte gebaut. Ne, das sieht auch nicht aus. Obwohl, die hätte ich eigentlich schon gerne. Der Seite würde das gut passen. Kein Dach. Ähm, kleines Lager, Waffenständer. So, machen wir das. Und dann noch ein Gebäude. So, mehr Baracken hier hinten. Daher. Untertitelung des ZDF, 2020 So, da muss dann noch eine Tür rein Wo ist die Tür? Und da ist die Tür So, bauen Oh, Pause Fast die Beförderung verpasst Okay Beförderung zu Bürger Baumeister Bergarbeiter 32.600, Alter Wohnung kommt vor Ich glaube, dann wird gewaltig umgebaut Ja, komm, mach ich Soldaten gibt's noch keine neuen weiter So, das war's für heute Keine weiteren Beförderung mehr Sehr schön Nicht schön Den haben müh nach links So So ist das geil Kein Zugriff auf Nahrung, Alter Boah, Leute, ihr macht mich fertig Ich hab 158 mal Mehl Und das heißt, ich baue definitiv jetzt nochmal eine Bäckerei Bauen und die wird auch priorisiert So, dann muss ich mal schauen Sind mir wieder Leute abgehauen hier Eisenmine, Bergarbeiter Goldmine, Goldschmelze Hopfenfarm, Jagdhütte Wo ist sie? Gut Kein Gottesdienst 100 von 100 Oha Ja, dann muss ich hier oben irgendwie nochmal eine kleine reinsetzen Juwelierwerkstatt Okay, die ist noch nicht fertig Muss auch noch nicht Soll auch noch nicht Lagerhaus Okay, das war der da oben Da reicht erstmal einer Speicher Schankwürr, Zimmermann Nee, die kommen alle in die Speicher Wegblockiert Die Meldung kommt nicht mehr Ich hoffe echt, dass das daran lag Dass die Küche hier irgendwie nicht mehr rauskam So, schauen wir mal Äh, Koch Koch zugewiesen Achso, hier Armee Mission Unterstützung einfach In Bearbeitung Aktueller Rang auf einer Mission Okay, was haben wir denn da noch für eine Auch einfach, okay Was fehlen Materialien für den Bau Ja Ich hatte jetzt relativ viel Geld übrig So, Edelsteine Ich werde Edelsteine einkaufen So, Budgethandel hier Nachbar steht ja Möchte verkaufen Möchte verkaufen Gibt's alles nicht Nein, Wohnhaus wird ausgebaut Jeha So, ich höre mal ein bisschen die Geschwindigkeit Und parallel noch mal einen Blick auf die Uhr Und ich würde sagen, hier mache ich noch mal einen kleinen Break Und dann sehen wir uns gleich wieder Viel Spaß bei dir Und bis gleich Und ciao